Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Sehe ich nicht so ein bisschen aus, wie der Bösewicht aus so einem Bond-Film? So, verdammt nochmal, wenn es jetzt nicht tausend Daumen hoch gibt, weil ich die Katze mit in die Aufnahme genommen habe, dann weiß ich es auch nicht. Gestern ist euch eine Sache richtig aufgefallen und es ist mir wirklich auch später aufgefallen. Und zwar habt ihr gesagt, ey, dann rede ich davon, bei EA Access, habe ich davon geredet, ich will jetzt keine Werbung machen, aber im Hintergrund lief die ganze Zeit Werbung. Und ey, ich schwöre, ich habe das nicht mitbekommen. Da habe ich echt Scheiße gebaut und zwar habe ich ja ein Video von mir gezeigt, beziehungsweise einen Trailer laufen lassen, der auf meinem Kanal lief und dann hat diese automatische YouTube-Abspielfunktion, die ja einfach so ein nächstes Video aussucht, einfach so weiter schön Videos ausgesucht und ich habe dann Werbung ausgestrahlt für andere Kanäle. Was ein Scheiß, oder? Tausend Daumen hoch für diese Katze! Sie ist ein bisschen fett geworden, oder? Intern, auch nur noch genannt, The Fat Cat. Willst du was dazu sagen, zu deiner Verteidigung, warum du so dick geworden bist? Du bist im Internet. Ein Sinnbild der Freude und des Spaßes? Du könntest ein bisschen mit Grumpy Cat verwandt sein, denke ich mir manchmal. Okay. So viel zur Grumpy Cat. Und das wird mir, glaube ich, nicht nochmal passieren, dass ich das mit den Videos falsch mache. Und deshalb habe ich gedacht, heute bin ich wesentlich besser vorbereitet als gestern. Und zwar habe ich mir gedacht, fuck off, senden wir einfach eine Folge Tomb Raider. Ich weiß gar nicht, welche aktuell online ist. Ist es diese Folge? Ich glaube, diese Folge ist aktuell online. Und, ähm, wo ist hier Vollbild bei Windows 10? So. Jetzt kann es das nicht mehr passieren und Leute, die das überhaupt nicht interessiert, was ich erzähle, oder die sagen, boah, Alter, Desirius, die ihm seine Fresse, die kann ich gar nicht mehr sehen, da würde ich jetzt raten, dann achtet ihr halt einfach ein bisschen auf Lara. Dieses Let's Play kann ich im Übrigen wunderbar empfehlen, weil es ist von mir. Nein, Spaß beiseite. Was mir noch aufgefallen ist, dass wir im gestrigen Video eigentlich gar nicht so sehr eine Meinung hatten. Also, beziehungsweise, ich war anscheinend nicht mit allen Leuten konform. Und so gab es sieben Daumen runter. Kann ja halt mal passieren. Ist ja auch noch, wie ich finde, eine ganz gute Quote. Aber heute wegen der Katze. Also heute. Ähm, und zwar habe ich ja diesen Delay-Vlog gemacht. Raubkopien ersetzen Demos. Was? Verblüffend, habe ich geschrieben. Ich habe mir gedacht, wir müssen mehr Überschriften benutzen, die an Heftig und Co. oder die GameStar erinnern, dass man immer sowas schreiben. Das konnte ich nicht glauben. Unfassbar, was die Entwickler dort sagen. Und, ähm, ich war halt der Meinung, dass Raubkopien irgendwie so gar nicht mehr up to date sind und dass das eigentlich gar niemand mehr benutzt. Also ich, ich, aus meiner Warte, bei mir ist das jetzt halt einfach so, ich habe ja, bevor ich so vor, was soll ich mal sagen, vor zwei, drei, vier Jahren wieder sehr viel auf dem PC umgestiegen bin, habe ich ja jahrelang eigentlich nur Konsole gespielt, habe sehr viel Xbox 360 gespielt, habe sehr viel Playstation 3 gespielt und dann kam so langsam mit dem Wechsel zu den Next-Gen-Konsolen auch wieder so der PC mehr in den Vordergrund. Dann habe ich wieder viel PC gespielt und so. Aber im Grunde genommen habe ich so ein paar Jahre lang auch wirklich rein nur Konsole gespielt, habe da auch nie eine geknackte Konsole gehabt. Und deshalb waren für mich so Raubkopien irgendwie vollkommen vom Schirm verschwunden. Jetzt haben aber von euch doch relativ viele Leute gesagt, ähm, also zum einen wäre das so ein bisschen, na, es würde so ein bisschen haken, wenn ich sage, die Betas und, ähm, EA Access und so würden die Demos ersetzen. Oder zum anderen auch, dass doch extrem viele Leute gesagt haben, ey, Logo, man spielt es halt mal angeknackt und wenn es einem wirklich gekauft, dann will man es halt hinterher in der Steam-Liste haben oder auch online mit Freunden spielen, weitere DLCs nutzen und so, dass man es dann, äh, doch benutzt. Das war mir so nicht bewusst. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also da merke ich einfach, dass ich anscheinend mit der, mit der Base, mit der Community-Base nicht mehr konform laufe. Vielleicht wäre das jetzt der Zeitpunkt, wirklich nur noch Katzen-Videos zu machen. Da sind wir ehrlich. Die meisten von euch sagen, wo ist die Katze? Oder nur weil die Katze im Video war, gab es ein Like. Also das, ähm, weiß ich jetzt nicht. Ich finde das jetzt generell, ähm, das ist jetzt nie so, dass ich das so verurteilen würde, dass ich sagen würde, du Schwein! Ich finde es aber doch ein bisschen an Haaren herbeigezogen. Irgendjemand hat da noch gepostet, er war Student und Schüler. Ähm, sorry, dass ich jetzt auf deinen Namen nicht komme oder vielleicht brauchst du es auch gar nicht genannt werden. Und ich habe auch echt absolut dafür Verständnis. Ich habe ja selber irgendwie mal eine Ausbildungszeit gehabt, wo du wenig Geld verdienst. Dann hast du die erste eigene Wohnung, hast irgendwie, denkst du am Wochenende, boah, wie soll ich das nächste Bier bezahlen und so. Und, ähm, da habe ich natürlich echt Verständnis für, dass wenn wenig Geld da ist, dass man dann auch, äh, Schwierigkeiten hat, immer wieder so 60, 70 Euro Titel zu bezahlen. Oder wenn du arbeitslos bist oder was auch immer. Dann ist das natürlich eine Menge Kohle. Was ich dann aber, wie wir nur noch nicht verstehe, wenn jemand sagt, ähm, naja, das tut ja bei keinem weh. Ja, also irgendwie tut es halt den Entwicklern und den Publishern schon weh. Also im Endeffekt schadet man natürlich schon den Leuten damit, die das Spiel entwickeln, weil die natürlich da nicht so viel Gewinn machen. Jetzt kann man wieder sagen, böses EA und böses Ubisoft. Ihr verdient eh viel zu viel Geld. Und böses Activision. Jedes Jahr das gleiche Call of Duty. Äh, natürlich irgendwo gibt es halt immer was, wo einer richtig viel Geld verdient. Irgendwo sitzen immer irgendwelche Millionäre, die sich die Taschen voll machen. Aber am Ende sitzen auch in diesen ganzen Entwicklerstudios und so sitzen halt hunderte von Mitarbeitern, die einen ganz normalen Job da machen. Vielleicht auch die Sekretärin. Vielleicht auch der Typ, der den Kaffee kocht. Vielleicht auch der Typ, der ans Telefon geht. Und vielleicht auch die Frau, die die Grafik macht. Was weiß ich. Da arbeiten ja jede Menge ganz normale Leute wie du und ich. Und für die ist es natürlich schon ein Schaden, denke ich mir persönlich, wenn man so ein Spiel runterlädt. Das ist natürlich ein Schaden, der nicht irgendwie 50% des Umsatz ausmacht. Aber am Ende ist es schon so ein bisschen ein Schaden. Deshalb möchte ich da grundsätzlich, oder aus meiner Warte, muss ich einfach sagen, ich plädiere halt dafür, ein Spiel zu kaufen. Dann gab es natürlich auch nochmal den Ansatz, na, dass es jetzt die Key-Seller gibt, dass man halt quasi internationale Keys kaufen konnte. Früher waren es ja immer so diese Russen-Keys, die dann nur in russischer Sprache verfügbar waren oder über VPN mit einem russischen Server dann gestartet werden konnten. Das ist ja heute meistens nicht mehr so. Die Keys sind ja relativ global und dann auch meistens wesentlich günstiger. Und da muss ich auch gestehen, dass ich hier und da, also ich mache ja auch Werbung für einen Key-Store. Das mache ich natürlich auch hauptsächlich, weil der Key-Store ganz einfach die Werbung bezahlt. Also wenn ich da irgendwie viermal im Monat auf Facebook Werbung für G2A mache, dann ist das natürlich ganz klar ein bezahltes Produkt von G2A. Das sagt jetzt grundsätzlich erstmal nicht aus, boah, das würde ich nie anders machen und ich kaufe da nur, sondern das meiste kaufe ich in der Tat wirklich ganz normal bei Origin, Steam und wie heißt GOG, der Service von CD Projekt. Da kommt die zweite Katze. Wenn wir jetzt ganz leise sind, ist auch noch die zweite Katze im Video. Also normalerweise kaufe ich das relativ selten, aber ich muss auch gestehen, zum Beispiel hatte ich so ein Spiel bei Mad Max, diesem Open-World-Titel, der so rauskam. Da habe ich mir gedacht, ja, könnt ihr eigentlich mal reingucken? Könnt ihr jetzt auch den Publisher anschreiben und sagen, ey, gib mir doch mal bitte, bitte, bitte eine Presseversion. Hätten die auch gemacht. Und dann habe ich aber irgendwann mal hier so einen Freitagabend gesessen und habe gedacht, ey, habe ich doch Bock drauf zu spielen. Da habe ich mir dann gerade beim Keystore war das Ding irgendwie für 29 Euro oder so zu haben, anstatt für auf Steam 45 oder 50 und da habe ich gedacht, okay, dann kaufst du halt eine günstige Version und spielst es dann mal. Da könnte man jetzt auch sagen, ja, Schande, irgendwo fehlt da auch ein bisschen Geld, irgendwo wird auch ein bisschen Geld verdient und so, weiß man nicht so genau. Ja, ist mir nur aufgefallen, dass wir nicht immer einer Meinung sein müssen und das auch gar nicht so schlimm ist. Grundsätzlich gilt ja immer noch die These, jeder sollte seine eigene Meinung haben und jeder darf auch seine eigene Meinung besitzen und ich möchte eigentlich auch nie darauf pochen, dass meine Meinung die einzige richtige ist und gestern habe ich noch so etwas Schönes gelesen von einem Bekannten, der war früher Redakteur bei Chip. Wo ist er? Da ist er, da unten. Mal gucken, ob ich das jetzt noch wieder finde, weil er hat ein Zitat von Roger Wilhelmsen gepostet. Spricht das so aus? Ja, das ist der Typ, der ist gerade geschraubt, kennt ihr vielleicht aus dem deutschen Fernsehen und zwar hat er gesagt, man muss es wagen, sich durch eine menschliche Interaktion verändern zu lassen. Man muss es wagen, sich durch eine Interaktion verändern zu lassen. Das bedeutet ganz einfach, nicht sich immer nur hinstellen und sagen, meine Meinung ist die richtige und was ihr sagt, sondern einfach auch mal den Leuten zuhören und sich vielleicht mal die Meinung von anderen annehmen und vielleicht auch mal daraus lernen, was andere so denken. Das gilt für mich, genauso vielleicht für euch und das waren meine letzten Worte. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen im Daily Vlog wieder. Ich war im Übrigen beim Friseur, nur für euch. Ich hoffe, ihr habt das bemerkt. Hashtag Frisur jetzt in die Videokommentare.